American Express Karten wie diese hier bringen vor allem eines, Status. Es sind die Karten der Meilensammler, Flughafen-Lounge-Besucher und internationalen Jet Setter. Sie sind bekannt für ihre hochwertige Aufmachung und die vielen Leistungen, die damit einhergehen. Dem entgegengesetzt sind einige der Karten allerdings sehr, sehr teuer und man muss hohe Ausgaben tätigen, damit sie sich lohnen. Für wen lohnen sich diese Karten also überhaupt? Wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen. Hi, ich bin Markus von Finanzschutz und mit dieser Recherche habe ich mich in ein wirklich tiefes Rabbit Hole begeben. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit den American Express Karten beschäftigt, damit ihr es nicht müsst und wir versuchen das alles in diesem Video zu kondensieren. Es gibt super viele Deals, endlos viele Kombinationsmöglichkeiten und man kann wirklich ein Vollzeithobby draus machen, wenn man da das meiste rausholen will. Der Anspruch von diesem Video ist deswegen, dir einfach mal einen groben Überblick zu geben, damit du dich entscheiden kannst, ob sich das für dich lohnt oder nicht. Darüber hinaus gibt es noch super viele Tricks und die könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Zunächst zu der Frage, was ist American Express? American Express ist eines der drei großen Kreditkartenunternehmen. Im Kreditkartengeschäft spielt American Express vor allem in Deutschland eher eine kleine Rolle. Bei Visa und Mastercard werden die Karten von der Bank ausgegeben. American Express hingegen gibt seine Karten selber aus. Und bei den Karten handelt es sich immer um Charge-Karten. Das bedeutet, du hast jeden Monat ein Kreditrahmen und am Ende des Monats wird abgerechnet. Besonders sind die Karten von American Express vor allem deswegen, weil sie Zusatzfeatures anbieten, die von Karte zu Karte variieren. Unter anderem kann man Punkte sammeln beim Geld ausgeben und hat ein deutlich besseres Sammelverhältnis als bei anderen Bonusprogrammen. Bedeutet, pro Euro bekommt man deutlich mehr Punkte und hat auch mehr Gestaltungsfreiheit. Dann gibt es noch je nach Karte ein Versicherungspaket und außerdem gibt es je nach Karte Status-Upgrades und Guthaben für verschiedene Dienstleistungen. Das kommt natürlich auch alles zu entsprechenden Kosten und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben für euch einen American Express Kreditkartenvergleich erstellt. Da seht ihr die Kosten und Leistungen der jeweiligen Karte. In dem Vergleich halten wir die Konditionen immer up to date und den findet ihr über den Link in der Videobeschreibung oder wenn ihr American Express Vergleich Finanzfluss googelt. Insgesamt gibt es 8 Karten für Privatpersonen und 5 Business Karten und die Preise gehen von kostenlos bis 720 Euro bei den Privatkarten oder 850 Euro bei den Business Karten. Die American Express BMW Karte ist kostenlos, wenn der Vorjahresumsatz größer als 4.000 Euro ist und die American Express Green Card ist kostenlos, wenn der Vorjahresumsatz größer als 9.000 Euro ist. Gucken wir uns jetzt die Membership Rewards an. Die Membership Rewards sind das Punkte-Sammelprogramm von American Express, im Prinzip ähnlich wie Payback zum Beispiel. Die Blue Card, das ist ja die kostenlose Karte, hat die Membership Rewards nicht standardmäßig aktiviert. Um da teilnehmen zu können, muss man 30 Euro pro Jahr zahlen. Bei den anderen Karten, die nicht am Membership Rewards Programm teilnehmen, gibt es allerdings jeweils andere Cashback-Programme. Zum Beispiel kann man bei der Payback American Express Karte einen Payback-Punkt pro 3 Euro Umsatz sammeln. Bei der DM American Express Karte sammelt man auch einen Payback-Punkt für 3 Euro Umsatz und einen weiteren Payback-Punkt, also zwei Payback-Punkte für 3 Euro Umsatz bei DM. Das Besondere bei den Payback-Karten ist, dass man automatisch für jeden Kartenumsatz Payback-Punkte sammelt. Zusätzlich ist die Karte aber auch noch eine ganz normale Payback-Karte, die man im Supermarkt sozusagen vorzeigen kann. Also das geht dann automatisch durch den Umsatz. Bei bestimmten Partnern sammelt man also zusätzlich nochmal die normalen Payback-Punkte. Die Amazon Business Amex-Karte bietet 1,5% Cashback für Amazon-Bestellungen an, ab 120.000 Euro im Jahr allerdings nur noch 1% und 0,5% Cashback für alle anderen Umsätze. Die Amazon Business Prime Amex-Karte bietet wiederum 2% Cashback bis 120.000 Euro Umsatz pro Jahr, danach nur noch 1% und auch für alle anderen Umsätze 0,5% Cashback. Dieses Cashback wird in Form von Amazon Rewards gut geschrieben und damit kann man dann wiederum bezahlen. Jetzt aber zu dem, was Amex-Karten so besonders macht, nämlich den Membership Rewards. Das Interessante daran, die Punkte können sehr vielfältig eingesetzt werden und in verschiedene Arten von Meilen-Programmen konvertiert werden, zum Beispiel in Miles & More, Meilen oder Avios von British Airways. Für einen Euro-Kartenumsatz bekommt man einen Amex-Punkt. Und um möglichst viele Punkte zu sammeln, sollte man versuchen, möglichst viele Umsätze über die Karte laufen zu lassen. Außerdem kann man ein Turbo dazu buchen, der kostet 15 Euro pro Jahr und dann bekommt man pro Euro Kartenumsatz 1,5 Amex-Punkte. Außerdem gibt es den Punkt do Turbo nur für die Amex-Karten und nicht für die BMW-Karten. Um jetzt diese Membership Rewards-Punkte auszugeben, gibt es drei Möglichkeiten. Man kann mit den Punkten bezahlen, man kann sie in Payback-Punkte umwandeln oder man kann sie in andere Meilen umwandeln. Um mit den Amex-Punkten zu bezahlen, gibt es auch wiederum gleich fünf verschiedene Möglichkeiten. Erstens, man kann getätigte Ausgaben mit Punkten zurückerstatten lassen. In den Kreditkartenumsätzen kann man bestimmte Umsätze auswählen und der Betrag wird dann wiederum gut geschrieben. Hier kann man für 250 Punkte 1 Euro erstatten lassen und das entspricht dann einem Punktewert von 0,4 Cent. Dieser Punktewert ist zentral, wenn wir ausrechnen wollen, ob sich das Ganze lohnt. Also sollten wir uns den mal merken. Für 100 Euro Erstattung benötigt man also 25.000 Punkte. Dafür muss man wiederum 25.000 Euro Umsatz gemacht haben oder mit Turbo 16.666 Euro. Das Ganze entspricht dann einem Cashback ohne Turbo von 0,4% oder mit Turbo von 0,6%. Zweite Möglichkeit, man kann auch bei Amazon mit Membership Rewards zahlen. Amazon bietet Membership Rewards Punkte als Zahlungsmittel an. Die können also bei Amazon als Zahlungsmethode hinterlegt werden und da gilt dann der gleiche Punktewert wie oben, 0,4 Cent pro Punkt. Dritte Möglichkeit, die Punkte können in Gutscheine umgewandelt werden. Auf der American Express Website können Gutscheine gegen Punkte gekauft werden. Zum Beispiel Airbnb, Ikea, Flixbus, Mediamarkt, Kaufland, Rossmann, H&M, Lieferando und viele mehr. Hier bekommt man einen 25 Euro Gutschein für 5.000 Punkte. Das entspricht dann einem Punktwert von 0,5 Cent, also ein bisschen besser. Für 100 Euro Erstattung benötigt man dann 20.000 Punkte. Dafür muss man wiederum einen Umsatz von 20.000 Euro gemacht haben oder mit Turbo 13.333 Euro. Und das entspricht dann einem Cashback von 0,5% oder mit Turbo 0,75%. Die vierte Möglichkeit ist, im Amex-Reiseportal zu bezahlen. Auch da gibt es einen festen Punktwert von 0,5 Cent. Da kann man Flüge, Hotels und Mietwagen bei verschiedenen Anbietern buchen, teilweise auch gar nicht so schlechte Deals. Aber bei den Flügen fehlte zum Beispiel Ryanair. Eurowings wiederum ist zum Beispiel dabei. Whiz Air wiederum nicht. Und die fünfte Möglichkeit ist, dass ihr die Jahresgebühr mit Punkten erstatten lassen könnt. Auch die Kartengebühr kann nämlich mit Punkten bezahlt werden. Und auch da ist wieder 1.0,5 Cent wert. Wir halten also fest, für unterschiedliche Aktionen gibt es unterschiedliche Punktwerte. Und es lohnt sich natürlich, die Punkte immer so auszugeben, dass ein möglichst hoher Punktwert rauskommt. Die zweite Möglichkeit, wenn man jetzt nicht mit Amex-Punkten bezahlen will, ist, die in Payback-Punkte umzuwandeln. Amex-Punkte können im Verhältnis 3 zu 1 in Payback-Punkte umgewandelt werden. Und Payback-Punkte können wiederum zum Beispiel in Cash ausbezahlt werden. Ein Payback-Punkt bringt dann 1 Cent Auszahlung. Und das entspricht dann wieder einem Wert in Amex-Punkten von 0,33 Cent. Also ein schlechteres Verhältnis als in den Beispielen bisher. Dafür bekommt man aber Cash. Außerdem können Payback-Punkte im Verhältnis 1 zu 1 in Miles & More Meilen umgewandelt werden. Das bedeutet also, für drei Amex-Punkte gibt es eine Miles & More Meile. Und die dritte Möglichkeit, was man mit diesen Amex-Punkten machen kann, ist eben, wie ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, in Meilen umwandeln. Und jetzt wird es komplex. Amex kooperiert mit verschiedenen Vielflieger-Programmen, darunter 11 Airlines und 3 Hotels. Amex-Punkte können jeweils in unterschiedlichen Tauschverhältnissen dann in diese jeweiligen Meilen umgewandelt werden. Meistens im Verhältnis 5 zu 4. Und mit diesen Meilen können dann wiederum Flüge oder Hotels bezahlt werden. Laut verschiedenen Vielflieger-Blogs erreicht man dadurch bis zu 5 Cent pro Amex-Punkt an Wert. Und das haben wir natürlich mal durchprobiert und uns ein paar Flüge angeschaut. Eine Übersicht findet man zum Beispiel unter meilenschnäppchen.de. Da sind allerdings nur Miles & More Schnäppchen von Lufthansa und ihren Töchtern aufgelistet. Da haben wir uns mal zwei Flüge rausgesucht. Einmal Berlin bis Köln-Bonn in der Economy Class und einmal Frankfurt bis Boston in der Business Class. Um diese Flüge zu buchen, musst du erstmal deine Amex-Punkte in Payback-Punkte und die dann wiederum in Miles & More Meilen umwandeln. Mit drei Amex-Punkte bekommt man wie gesagt eine Meile. Die beiden Flüge kosten umgerechnet in Amex-Punkte 45.000 und 165.000 Punkte. Das bedeutet, ohne Turbo müsstet ihr erstmal 45.000 oder 165.000 Euro Kartenumsatz gemacht haben, bevor ihr diese Flüge über Amex-Punkte kaufen könnt. Wenn wir jetzt den Punktepreis mit dem Flugpreis vergleichen, dann kommen wir auf einen Punktewert von 0,27 Cent und 1,82 Cent pro Punkt. Insgesamt finde ich diese Meilen-Schnäppchen-Angebote nicht wahnsinnig überzeugend. Deutlich interessanter ist das Vielfliegerprogramm zum Beispiel von British Airways, der British Airways Executive Club. Amex-Punkte können im Verhältnis 5 zu 4 in Avios, so heißen da die Meilen, umgetauscht werden. Wenn man bei British Airways einen Flug mit Avios bezahlt, gibt es immer eine Zuzahlung. Das ist aber auch ganz interessant, denn hier kann man zwischen verschiedenen Zuzahlungen wählen. Entweder eine hohe Zuzahlung und man bezahlt wenig Punkte oder umgekehrt. Außerdem kosten die Flüge für ein bestimmtes Entfernungsband immer gleich viel. Wenn man also spontan fliegt, lohnt sich das eher, als wenn man einen günstigen Flug weit im Voraus bucht. Wir haben hier mal drei Flüge rausgesucht, jeweils von Berlin nach London. Einmal Economy Class und einmal Business Class jeweils im November und einen ziemlich spontanen Business Class Flug am 23. September. Die Zuzahlung haben wir immer so gewählt, dass der beste Punktewert dabei rauskommt. Für den Economy Class Flug bekommt man den schlechtesten Punktwert mit 0,9 Cent pro Punkt. Für den Business Class Flug kommen wir immerhin auf einen Wert von 1,5 Cent pro Punkt. Und der spontane Business Class Flug beschert uns einen Punktwert von immerhin 4,1 Cent. Den besten Deal zu finden, ist hier tatsächlich eine Kunst für sich. Und man kann jetzt nicht einfach wie bei Google Flights alle Flüge miteinander vergleichen und dann den in Amex Punkten günstigsten finden. Sondern man muss sich stattdessen wirklich durch die einzelnen Vielfliegerprogramme durchklicken. Teilweise muss man sich auch erstmal dafür registrieren. In unserem Amex Kartenvergleich findest du allerdings eine Übersicht über die ganzen Vielfliegerprogramme. Link in der Videobeschreibung und die sind dir dann da alle im Einzelnen nochmal verlinkt. Welche Leistungen gibt es bei den Karten noch? Neben Membership Rewards gibt es noch einige Leistungen, die die Karte noch lohnenswerter machen können. Unter anderem gibt es Versicherungen und Guthaben, Gutscheine und Vergünstigungen. Kommen wir zu den Versicherungen und die funktionieren so. Je nach Karte gibt es verschiedene Versicherungen inklusive und die gelten in der Regel immer nur dann, wenn man die Amex Karte auch benutzt hat. Außer den Kfz-Schutzbrief, der gilt immer. Schauen wir uns jetzt also mal die Versicherungen im Vergleich an. Es gibt einmal das verlängerte Rückgaberecht. Da tritt der Versicherungsfall ein, wenn man maximal 90 Tage Nachkauf Ware zurückgeben möchte, der Käufer das allerdings nicht akzeptiert. Man bekommt maximal 300 bis 400 Euro pro Fall, je nach Karte, maximal allerdings 1200 bis 1500 Euro, auch wiederum je nach Karte. Dann gibt es den Schutz für Einkäufe. Der schützt dich, wenn Ware nach 90 Tagen gestohlen oder beschädigt wird. Es gibt eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Verkehrsmittelunfallversicherung, eine Reiseunfallversicherung, eine Reisekomfortversicherung. Die hilft dir bei Flug- oder Gepäckverspätung. Dann gibt es eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung, eine Reisegepäckversicherung, eine Mietwagenversicherung und einen Kfz-Schutzbrief. Der Kfz-Schutzbrief ist ein bisschen ähnlich wie eine ADAC-Mitgliedschaft, gilt bei Amex Karten allerdings erst ab 50 Kilometer Entfernung vom Wohnort. In unserem Vergleich könnt ihr außerdem in den Tooltips, wenn ihr über dieses kleine i, Harvard immer die genauen Bedingungen sehen. Oder zum Beispiel die Mietwagenversicherung ist ganz interessant. Hier hat man einen Vollkasko-Schutz bis 75.000 Euro und eine Haftpflichtversicherung bis 750.000 Euro oder eine Million Dollar in den USA. Da gibt es 200 Euro Selbstbeteiligung. Stellt sich jetzt also die Frage, lohnen sich die Versicherungen? Den Gegenwert dieser Versicherung haben wir mal geschätzt. Teilweise gibt Amex auch selber einen Wert dieser Versicherungen an. Die Auslandsreisekrankenversicherung ist pro Jahr ungefähr 15 Euro wert, die Unfallversicherung 8 Euro pro Jahr, die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung 30 Euro pro Jahr und die Reisegepäckversicherung 12 Euro pro Jahr. Bei der Mietwagenversicherung wird es ein bisschen tricky, die zu schätzen. Ich habe einfach mal bei Sixt mit und ohne Schutz verglichen und da kommt man bei dem günstigsten Mietwagen auf ungefähr 10 bis 15 Euro pro Tag. Und der Kfz-Schutzbrief wird auf 50 Euro geschätzt. Das sind also alles Versicherungen, die nicht wahnsinnig teuer sind und die man auch im Alltag vielleicht nicht unbedingt braucht. Auch zwei Versicherungen könnten sich allerdings eventuell lohnen, nämlich einmal die Mietwagenversicherung, gerade wenn man sehr häufig Mietwagen fährt, sodass sich der Wert dann irgendwann läppert oder wenn man eben einfach den Komfort haben möchte, am Schalter sich nicht um den Selbstbehalt, die Versicherung und so weiter zu kümmern. Und zweitens der Kfz-Schutzbrief. Eine ADAC-Mitgliedschaft kostet in Deutschland 54 Euro, europaweit 94 Euro oder weltweit 139 Euro. Das heißt, man könnte das zum Beispiel mit einer Deutschland-ADAC-Versicherung kombinieren und hat dann trotzdem den weltweiten Schutz. Bleiben wir im Premium-Segment und schauen uns jetzt nochmal die speziellen Vorteile der Amex Premium-Karten an. Damit meine ich die Amex Platinum, die Amex Business Platinum und die BMW Premium Carbon-Karte. Und diese Leistungen erklären auch schon ein bisschen den höheren Preis. Ein besonders beliebtes Feature an diesen Karten ist der Priority Pass, der ermöglicht weltweit Zugang zu Flughafen-Lounges für dich und eine Begleitperson. Und wenn man eine Zusatzkarte hat, dann gibt es das gleiche Paket auch nochmal für die Zusatzkarte. Dieser Zugang ist natürlich vor allem eine Frage des Komforts. Man kann da zum Beispiel arbeiten oder sich ausruhen. Oft hat man auch Essen und Trinken inklusive. Und der Priority Pass selbst würde in der mittleren Preisklasse 289 Euro kosten. Da hat man dann 10 Gratis-Lounge-Besuche inklusive. Ob sich das Ganze lohnt, ist also sehr individuell, hängt davon ab, wie viel man reist und natürlich einfach, wie viel Wert man diesem Komfort beimisst. Außerdem gibt es bei der Amex Platinum-Karte noch einige Guthaben, die man nutzen kann. Unter anderem 200 Euro pro Jahr Reiseguthaben. Damit kann man im Amex-Reiseportal Flüge, Hotels oder Mietwagen buchen. Dann gibt es 150 Euro Restaurantguthaben. Das kann man in ganz bestimmten Restaurants ausgeben. Meistens sind das eher höherpreisige Restaurants. Ich habe aber zum Beispiel auch Blockhouse oder Gym Block gefunden, wo man mit 150 Euro auch schon relativ weit kommt. Nächstes Guthaben sind 200 Euro Sixth Ride Guthaben. Das ist ein Limousinen-Service von Sixth. Allerdings hier Achtung, ihr solltet euch bei all diesen Guthaben die Konditionen genau angucken. Diese 200 Euro sind nämlich in acht 25 Euro Gutscheine gestückelt. Man kann pro Fahrt immer nur einen einlösen und meistens kostet eine Fahrt deutlich mehr als 25 Euro. Das nächste Guthaben ist ein 90 Euro Shopping-Guthaben bei Mr. Porter oder Net-à-Porter. Und das stückelt sich in zweimal 45 Euro pro Halbjahr. Das ist ein Designer-Online-Shop für Luxusmarken. Es gibt noch einige weitere Guthaben und noch einige Vorteile, deren Wert man nicht so richtig beziffern kann. Zum Beispiel bekommt man Hotel-Upgrades bei bestimmten Hotelketten oder Status-Upgrades bei Autovermietern. Bei allen Karten hat man außerdem Zugriff auf die Amex-Offers. Das sind Deals, die ihr auf der Amex-Webseite findet. Die sind zum Teil personalisiert, teilweise zeitlich befristet. Also ändern sich regelmäßig. Aber das umfasst unter anderem Hotelgutschriften, Gutscheine bei bestimmten Reisebüros, Gutscheine für Google Play oder Services wie zum Beispiel NordVPN, Gutscheine für Lebensmittel-Shops, zum Beispiel RoastMarket und viele mehr. Ziehen wir jetzt den Strich drunter und kommen zu den Vor- und Nachteilen der American Express-Karten. Und ich werde gleich auch nochmal ausrechnen, ob sich die eigentlich wirklich lohnen. Wenn du gerne Punkte sammelst oder generell Spaß am Schnäppchen jagen hast, dann ist das Punkte sammeln von den American Express-Karten sehr interessant. Vorteil gegenüber Payback zum Beispiel ist, dass man die Amex-Punkte in verschiedene andere Punkte konvertieren kann, notfalls auch einfach in Payback-Punkte. Der Nachteil dagegen ist, dass das Sammeln von Amex-Punkten Geld kostet, während andere Cashback-Programme oder Punkte-Programme kostenlos sind. Ein weiterer Vorteil aller Amex-Karten sind die kostenlosen Partnerkarten. Bei Amex-Karten gibt es mindestens eine kostenlose Zusatzkarte und bei den Business-Karten bis auf bei der Amex-Green gibt es sogar 99 Zusatzkarten. Wer so eine Zusatzkarte benutzt, sammelt automatisch Punkte für dein eigenes Konto mit und wenn man die Platinum-Karte hat, hat man bei einer Zusatzkarte eben nochmal einen weiteren Priority Pass drin, der einem nochmal Launch-Zugang gewährt. Nachteil ist allerdings, dass das Kartenlimit und das Referenzkonto geteilt werden, also es funktioniert jetzt nicht, einfach eine Amex-Platinum-Karte zu besorgen, da hat man sieben Zusatzkarten, die an seine Freunde zu verteilen, das Geld zu teilen, sondern ihr solltet beachten, dass die Umsätze von denen dann auch alle jeweils über euer Konto laufen und außerdem gibt es nur bei einer Zusatzkarte den Priority Pass inklusive. Dann gibt es natürlich bei den Karten noch so einige Vorteile wie zum Beispiel einfach Prestige und je nach Karten gibt es eben die Versicherungen, besondere Sonderangebote und bei den Platinum-Karten eben Annehmlichkeiten wie diese Status-Upgrades und die verschiedenen Guthaben. Dazu kommen allerdings einige Nachteile, nicht jeder Händler akzeptiert Amex-Kreditkarten, aber insbesondere in großen Supermärkten sollte das kein Problem sein. Ein weiterer großer Nachteil sind die Abhebe- und Fremdwährungsgebühren, die es bei allen Amex-Karten gibt. 2% Fremdwährungsgebühr und 4% Abhebegebühr, mindestens aber 5 Euro, muss man zahlen. Abhebungen im Ausland würden dann also beispielsweise 6% Gebühr zahlen. Bisschen günstiger ist die BMW-Karte, nicht die Premium-Karte. Die nimmt nur 3% Abhebegebühr, mindestens auch aber 5 Euro. Und etwas teurer sind die Amazon-Business-Karten, da gibt es 2,5% Fremdwährungsgebühr. Das macht die Amex-Karten außerhalb der Eurozone als Zahlungsmittel ziemlich unattraktiv und durch die Abhebegebühr ist sie eher nicht für die Bargeldversorgung geeignet. Die Amex-Kreditkarten sind damit meiner Meinung nach also nur zum Zahlen innerhalb der Eurozone geeignet. Und hinzu kommt ja auch, dass die Karten nicht kostenlos sind, zumindest wenn man Punkte sammeln möchte, ist keine der Karten kostenlos. Und diese Kosten muss man natürlich auch erstmal durch die ganzen Vorteile oder eben durchs Punktesammeln reinholen. Deswegen gucken wir jetzt mal, wann sich das Ganze überhaupt lohnt. Unser Ziel ist, euch zu zeigen, wie ihr das ungefähr selbst einschätzen könnt, ob sich das lohnt, denn es ist am Ende höchst individuell und ihr müsst die Vorteile, damit sie euch was bringen, natürlich auch wirklich nutzen und mögen. Und ihr solltet euer Verhalten jetzt auch natürlich nicht an der Karte ausrichten, um möglichst viel aus der Karte rauszuholen, sondern im Idealfall braucht ihr die Vorteile auch schon heute. Außerdem solltet ihr unbedingt das Kleingedruckte beachten und die Einschränkungen bei jedem Deal beachten. Es gibt zum Beispiel immer einen Haken, wie ich das zum Beispiel eben mit dem Six-Ride-Guthaben erwähnt habe. Bei dem Reiseguthaben gibt es beispielsweise einen Mindestkaufwert von 200 Euro, um dieses Reiseguthaben von 200 Euro überhaupt einlösen zu können. Also ihr könnt damit nicht irgendwie mehrere günstige Mietwagen mieten. All das solltet ihr einfach unbedingt beachten und dann euren eigenen Fall berechnen. Ganz grob kann man das nach dieser Formel berechnen. Der Gegenwert der genutzten Vorteile plus ein Startbonus minus die Kartengebühr ist das, was ihr am Ende eben raus habt. Gehen wir jetzt also mal davon aus, du hast eine Amex Platinum Card. Kostenpunkt 720 Euro pro Jahr. Wenn du jetzt genügend Amex-Punkte sammeln möchtest, um diese Jahresgebühr damit zu begleichen, dann müsstest du 144.000 Punkte gesammelt haben. Das heißt, du musst einen Umsatz von 144.000 Euro gemacht haben. Mit der Amex Blue wiederum müsstest du nur einen Umsatz von 6.000 Euro gemacht haben, um die Gebühr für die Membership Rewards rauszuholen. Und wir haben euch in der Tabelle hier oben auch nochmal den Break-Even mit Turbo aufgelistet. Bei der Amex Blue ist der Break-Even für die Kartengebühr mit oder ohne Turbo gleich und bei den BMW-Karten gibt es wie gesagt keinen Turbo. Jetzt kauft sich allerdings keiner die Amex Platinum nur zum Punkte sammeln. Deswegen ist dieser Break-Even hier eine ziemlich theoretische Betrachtung und man kann die Punkte auch deutlich rentierlicher einsetzen. Also machen wir hier jetzt mal zwei beispielhafte Szenarien. Einmal schauen wir uns Luxus Lukas aus Frankfurt an. Lukas fliegt fünfmal im Jahr, ist nicht gerade low-budget unterwegs, übernachtet viel in Hotels und mietet ab und zu ein Auto. Er legt sehr viel Wert auf Komfort und schätzt daher die Flughafen-Lounges. Deswegen kauft er sich eine Amex Platinum-Card. Rechnen wir also mal durch, ob sich das Ganze für ihn lohnt. Wir haben ja einmal die Kartengebühr von 720 Euro und dagegen rechnen wir einmal den Priority Pass. Der ist ihm pro Jahr 289 Euro wert. So viel müsste er zumindest bezahlen, wenn er den Priority Pass kaufen würde, um zehnmal im Jahr in die Airport-Lounges zu kommen. Da er ja viel reist, ist das Reiseguthaben von 200 Euro pro Jahr auch schnell aufgebraucht. Und da er häufig allein unterwegs ist, setzt er sich gerne ab und zu in schöne Restaurants und kann da sein Restaurantguthaben von 150 Euro auch ganz gut loswerden. Durch die Mietwagenversicherung spart er ungefähr 100 Euro pro Jahr und hinzu kommt im ersten Jahr noch eine Startprämie von 200 Euro, sodass sich die Karte im ersten Jahr mehr als lohnt. Für die Startprämie muss Lukas aber einen Mindestumsatz von 13.000 Euro in den ersten sechs Monaten machen. Das solltet ihr beachten, wenn ihr solche Startprämien haben wollt. Für ihn ist das allerdings kein Problem. Wenn man das jetzt alles gegeneinander aufrechnet, dann kommt er auf ein Plus von 19 Euro. Die Karte lohnt sich also für ihn und im ersten Jahr erst recht. An der Rechnung sieht man allerdings auch, würden wir zum Beispiel den Priority Pass nicht mitrechnen, sieht die Rechnung wiederum ganz anders aus. Das bedeutet, ob sich die Karte lohnt, steht und fällt damit, wie viel dir solche Leistungen überhaupt wert sind. Und das zweite Beispiel ist Breakeven Bubsy. Bubsy ist eher ein Sparfuchs und sammelt gerne Punkte, um sich davon irgendwann mal was Schönes gönnen zu können. Und um möglichst viel Umsatz über die Karte laufen zu lassen und eben möglichst viele Punkte zu sammeln, zahlt sie für die WG alle Einkäufe und Fixkosten und lässt sich das dann wiederum von den Mitbewohnern zurückerstatten. Ihr geht es einfach nur ums Punkte sammeln und deswegen hat sie sich die Amex Blue Card besorgt und kommt auf eine Jahresgebühr von 30 Euro pro Jahr, denn sie muss ja die Membership Rewards aktivieren. Um diese Gebühr rauszuholen, muss sie also mindestens 6.000 Euro Umsatz machen. Im ersten Jahr bekommt sie allerdings eine Startprämie von 25 Euro, sodass sie im ersten Jahr nur 1.000 Euro braucht, um Breakeven zu sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie in den ersten 6 Monaten mindestens 1.200 Euro Umsatz macht. Sie könnte natürlich die Punkte auch rentierlicher einsetzen, deswegen sucht sie sich regelmäßig ein paar Meilenschnäppchen raus. Und ich habe ja vorhin gezeigt, dass man teilweise bis zu 4 oder mehr Cents pro Punkt rausholen kann, je nachdem wie man bucht. Und wenn man es tatsächlich schafft, die Punkte so einzusetzen, dass man immer wieder diesen hohen Punktewert bekommt, dann hat sie theoretisch nach 750 Euro Umsatz die Kartengebühr wieder raus. Das nur als Beispiel, um zu sehen, wie unterschiedlich lohnenswert diese Karten sein können, je nachdem wie man diesen Fall konstruiert. Ich würde auf jeden Fall dafür warnen, sich die Karte schön zu rechnen. Man sollte jetzt nicht einfach alle Guthaben, die so eine Karte mit sich bringt, aufsummieren, auch wenn man sie nicht nutzt. Am Ende solltet ihr euer Konsumverhalten nicht von der Karte beeinflussen lassen. Sowohl bei Babsi als auch bei Lukas kann sich die Karte im ersten Jahr allerdings schon deutlich stärker lohnen. Bei Beantragung gibt es nämlich meistens ein Startguthaben. Wie viele Startguthaben es gibt, findet ihr in unserem Vergleich. Diese Startguthaben machen die Amex-Karten zumindest im ersten Jahr, wie gesagt, deutlich lohnenswerter. Allerdings solltest du die Bedingungen hier auch wieder genau studieren. Meistens gilt das unter der Bedingung, dass man einen bestimmten Mindestumsatz in den ersten Monaten erreicht. Und das ist bei der Platinum-Karte deutlich höher als zum Beispiel bei der Blue-Karte. Es lohnt sich also nicht, einfach nur wegen des Startguthabens einfach mal die Platinum-Karte zu beantragen, obwohl man kaum signifikanten Umsatz erreichen kann. Ob sich die Karten also lohnen, hängt vor allem von diesen Fragen ab. Ist dir der Status, zum Beispiel Business Class Reisen, wirklich sehr viel wert? Und werden die Leistungen wie zum Beispiel Lounge-Zugang, Versicherungen und so weiter ohnehin benötigt? Zum Bezahlen außerhalb der EU ist die reine Amex, wie gesagt, gar nicht so gut geeignet, wegen ihrer saftigen Fremdwährungsgebühren. Und auch in verschiedenen Blogs erfährt man, dass die Amex-Karten zum Zahlen im Ausland eher nicht genutzt werden. Welche Karten hier gute Konditionen haben, das findest du in unserem Kreditkartenvergleich. Google dazu einfach Kreditkartenvergleich Finanzfluss. Und außerdem haben wir in diesem Video auf unserem Zweitkanal-Überfluss mal sogenannte Prepaid-Karten angeschaut. Bis bald!